So, jetzt kommen endlich die Restarts Und, nach der Pistel dann auch die... ...der obligatorische Retry auf der HALTV Aber zuerst mit ein paar Geschnetzel hier in der Mitte So, da gewinnt Hawks die Knife SC konnte sich ja vorhin für sich entscheiden Und wollen auch als CT starten So, ich contacte jetzt mal, in der Hoffnung, dass es vom Timing her genau passt Boah, es hat tatsächlich gereicht Perfekto So, Hawks... NEIN! Och komm! Das ist unfair Ach! Also, nach der Knife dann nochmal ein Restart So, jetzt aber live Die Orks wollten gerade Mitte anrennen Offensiv gehen So, und Renn noch Mitte runter Drücken dort ESC gut zurück Und damit hat ESC letztens schon Probleme gehabt Der ist auch schon guten Shot abbekommen So, ESC komplett über falsche Übrigens sehr interessantes Duell Eigentlich ein komplettes 1-6-Duell hier gerade In dem neuen Spiel Macht's nochmal einiges interessanter Die Begegnung Die Hawks spielen weiterhin... Ah, zu dritt am Großen Nächstes hier geht über Hose Load schon ganz weit vorn Wird wohl ein Action-House-Spit Neo mit der Flash Zum Spot Und die landet genau da an der Kante Neo aber leider blind Trotzdem Sandkasten gefallen, ganz wichtig Boah, schöner Shot für Neo Somit Spot frei Bombe wird schon geplantet Kit nur bei Nasu Der V-Tech wird ganz schwer Boah, und da war's nur noch Alu Krass, schön runter gespielt von ESC Oben übrigens wieder das Die Flaggen und die Teams vertauscht Aber das wird gleich wieder geändert Der Admin war da vorhin glaube ich Jo Der ändert das gerade Jetzt noch die Flaggen Ja, da hat er die Finn-Flagge geändert Und jetzt noch die Polen-Flagge 1-2-3 Ja, jawoll Also Thumbs up für den Admin Denn das muss man nämlich auf den Server einstellen Mit Aircon Darauf habe ich keinen Einfluss Finde ich aber gut, dass sie in der Liga darauf achten Das alles einzustellen Nicht so wie in der EPS oder EMS Das sollten sie auf jeden Fall noch zur Pflicht machen Dass man das einstellt Macht's einfach ein bisschen schöner für die Zuschauer Ein bisschen angenehmer, finde ich Da sieht auch nicht jedes Spiel immer gleich aus Sondern mit den Flaggen kommt ein bisschen Farbe in das Ganze Und man kann sich einfach viel schneller mit irgendeinem Team identifizieren Gerade natürlich auch für Neulinge wichtig Wenn sie da irgendwo frisch drauf connecten Damit sie direkt wissen Aus welchem Land da die Spieler kommen So SC über her ist Boah Alter, 1-HP nur noch bei Kuben Aber der Weg über her ist Ein sehr beliebter bei SC Auf Entfernung Vielleicht sehen wir heute wieder die geile Smoke da Von Neo zum B-Spot Ich glaube ESC ist immer für gute Taktiken zu haben Und sind ein Garant dafür, neue Sachen zu Dass man neue Sachen zu Gesicht bekommt Ja, ein bisschen Schnupfen habe ich noch Bluna Aber, naja Eigentlich nur Eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon Terroristen gewinnen So, auf in der erste Equipped Round Keine AWP bei den Hawks Mal kurz orientieren Skog am B Und Naso am B Also So, Reflex derjenige der im Haus spielt Neo gleich wieder mit seinen Granaten Da sucht er sich diese, diese Esse da Oder diese... Na, was auch immer das ist da oben am Haus Was ich cool fände, wenn man ne Taktik auf so Sounds aufbauen würde Dass irgendwie einer Nicht im Voice das Go gibt, sondern mit der Glocke Was natürlich total obvious wäre für andere Teams Aber Immer gut für Verwirrungen Also, um Verwirrungen zu stiften So, Nato mit dem ersten So, mit der halten sie grad relativ gut Boah, Nato mit dem zweiten Pascha hilft von dem Boah Schöne 5 Runde von den Hawks Mit dem Go hatten sie keine Probleme Da haben aber auch irgendwie die Flächen, die Action gefehlt Eigentlich müsste man doch Hier irgendwie drüberflächen können Um da besser Döner rauszukommen So, Pascha wieder das gewohnte Bild Banane allein Tess schiebt nach Ah, SC orientiert sich direkt am W Na, so sehr defensiv Skog am Spot Am Kabeltrommel Gegenflash bei einer Minute geworfen Boah, drei Mann schon am B Boah, da haben sie Mitte gepusht Das heißt, sie wissen grade mehr oder weniger was abgeht Wir sind jetzt schon am Spot Aber 3 CT ist schon da Boah, da wird ESC auseinandergenommen Ja, aber 3 gegen 3 Äh, 3 gegen 4 Loll Tess hat da Banks bekommen Schöner Bang gegen Tess Extrem gut Bombe wurde nach... Doch, Bombe wurde schon gelegt Ne Wurde nicht gelegt Neo hat sie noch auf dem Rücken So, jetzt such dir mal eine Pose Wo du die Safe legen kannst Fast unmöglich Boah, schöne Flech Die hat noch relativ gut gepasst Bombe ist somit noch durchgekommen Aber die Runde geht an die Hawks Die wirklich extrem gutes Timing hatten in der Mitte Haben da grad ausgeschlossen Konzentriert am B stehen Und haben auch die Facts gemacht Und ich hab ganz den Retry vergessen Der... Hiermit jetzt erledigt sei Dauert echt noch ein bisschen zu lang das Retryen Na komm schon Alter Alter... Es dauert immer so lange bis man damit ein Spieler ausgewählt hat So, Bananas sind sie wieder Es ist sehr weit oben Es zieht sich wieder dorthin Fläche Richtung Base in den Hof Der ist leider nur mit ner Pistole Aber Kuben räumt immerhin auf Drei gegen drei Zwei über Base Wenn sie jetzt... Fried... ähm... Ruine da gut einnehmen Wenigstens da liegt ne gute Smoke Neo hat er eigentlich gute Chancen Frag zu ziehen Aber der CT wird Höchstwahrscheinlich Na muss er über Seitengang kommen Sehr schön Boah da hat man es wunderbar gesehen Reflex hat er diese Standard Ecke Predicted Und äh... T stand aber hier Und konnte dann den leichten Frag setzen Sehr schön gemacht für den ESC Diesmal war... Waren die Hawks halt nicht zu dritt dort Wir sind ja erst der AWP Der Alu Verschießt er Hauks baut da relativ wenig um Hauk... Ähm... Hauk mein ich... Skurk Wieder defensiv Nasus wieder mit seiner Gegenflash Die ESC scheint sich aber wieder Am Großen zu orientieren So... Hauks ist wieder... ...gelort Wer auch sonst... Och... Er hat guten Schaden gemacht An Reflex immerhin Tess übernimmt jetzt seinen Part In der Mitte geht's hoch Werden aber auch von NATO auseinander genommen Und nur noch Tess über Haus Reflex im Reload Das weiß Tess Sehr schön Kann ihn machen Aber Bombe an der Action down Wenn jetzt die Spieler mit da oben schon sind Dann hat Tess da Echt keine Chance mehr Wauk Hallo mit der AWP Wauk Boah... What? Ich hab Tess nicht mal gesehen So... Einer hat auch schön über Haus gemoved Sehr gut gemacht von der AWP Gut runter gespielt ESC geht hier auch... Geht hier auch das Geld aus Und das heißt sparen Bei den Polen Frage kommt auf Die Hawks auf der Dream häckseln Jupp, das ist der Fall Wurden ja ursprünglich als... Äh... Wo sie noch unter Windinfact gespielt haben Eingeladen Windfact hat dann... Windfact hat dann die Pforten geschlossen Und... Hawks haben da einen Sponsor gesucht Und den haben sie auch glücklicherweise gefunden SteelSeries ist da eingesprungen Und wir hatten die... Finnen Sponsoren für das Event Und die können somit... An der Dreamhack teilnehmen Und da hinfahren Somit werden wir sie auch... Am... Donnerstag In Jönköping sehen Höch Höch So, der Ausgleich geschaffen HWP noch bei Alu Wieder in der Am Häs Nato macht da eigentlich auch immer fast das Gleiche Aber die Hawks haben auch eigentlich So viel Grund, was umzustellen Guck mal, wo Nasu Steht Wurde dort Aluflächen, wenn er wegschieben muss Skog wird jetzt zurückgedrängt Ah, Nasu war grad Ja, jetzt schiebt er weg Aber Neo hat die Bombe in der falschen Im Haus, also es gibt ein Fake diesmal So, jetzt die Flashes Tess rennt vor, Pasha hinterher Pasha gerade blind Boah, gute Flashes Die sehen da nichts Ich seh ja nicht mal was So, da war ich schon am Haus raus Boah, jetzt Action Boah, wichtig von Neo, dass er den Fake macht Ich find das ganz ekelhaft da rauszukommen Wenn man so schleichen will Die Runde ist eigentlich noch drin für ESC Wenn Kuben jetzt nicht stirbt Sondern lange überlebt Kuben ganz wichtig jetzt Gegen zwei Spieler Einen muss er machen Oh, Kuben Nein Wie bitter Er hat es eigentlich ganz Eigentlich hat er es richtig gespielt Somit müssen seine Mates ein bisschen mehr offensiv verstehen Und sie machen die Fracks sauber Boah, da war schon der Fuse am Start Hab ich gar nicht mitbekommen Aber schöne Taktik von ESC Ist wunderbar aufgegangen Hawks waren schon am Schieben Er ist hier ein gutes Timing gehabt am Haus Haben den Spielern der Action noch kriegen können Und somit dann die Runde entschieden Wir waren aber nochmal knapp Dadurch dass Kuben gestorben wäre Sonst aber schön ausgespielt Hawks haben ihn nochmal gekauft Was geht Ich hab den Track Link vorhin Guck mal ein paar Comments da unten drunter Friedmo Da hab ich vorhin den Link geschickt Zu dem Track den ich da vorhin gespielt hab Das ist ein Set Also Ich mach mir da Kein großer gearbeitende Playlist zusammenzustellen Ich zoome einfach nur noch ein Set raus Im Vornerein Gut, aber zurück zum Spiel Schöner für das Werk von Pasha Warte mal, LVP Bindet somit zwei Spieler am A ESC will es aber Äh, am B, sorry ESC will natürlich ins A gehen So, jetzt wird vielleicht gleich Haus eingenommen Wichtig Ne, ähm Lord gewinnt das Duell Aber Sandkasten noch einer Richtig krass weggeflecht Da hat er null gesehen Lord hatte da leichtes Spiel Sich seinen zweiten in der Runde zu holen Und Nato muss safen Na, so eh ganz weit weg Das wird die sechste Runde Auch wichtig, dass Pasha die AWP überlebt Und das Duell eben gewonnen hat Vor allen Dingen auch Das läuft doch schon mal Um einiges besser als T Im Vergleich zu vorhin auf Nuke Gibt doch ein Feuerlöcher Junkhead Die Smoke Wieso ist das unrealistisch? Ich weiß gar nicht, was in der Smoke enthalten ist Für ein Zeugs Schöne Flash von hinten Konnte ich leider nicht Gucken, wie die geworfen wurde Und Skook war auch der einzige Skook war auch der einzige, der am B stand Aber sie geht noch nicht rauf So, schieben jetzt aber weg Scheiben sie jetzt doch letztendlich auf B zu gehen Oh, Hawks Raffen ist jetzt auch endlich Finde ich auch gut, dass sie die Waffen Sparen dort Die anderen beiden versuchen Daher irgendwie auf Frack zu gehen Aber da wird nichts mehr groß passieren ESC saft auch über Banane Macht auch Sinn Ich mein, Lord ist eh schon unten Und dann auch sinnlos in die Base reinzugehen Wäre einfach dumm Ich glaube, man muss auch gar nicht mal so weit vorgehen Ja, hat man gerade gesehen Da hat fast niemand irgendwie Schaden bekommen Oder wenn, dann halt wenig Somit kann man relativ safe Dann die Waffen durchbringen Als T Wenn die Bombe hochgeht Dann muss man nicht noch irgendwie Ins offene Messer laufen Vielleicht jetzt wird jetzt da eine kleine Falle haben So, dann nehme ich jetzt die nächste Runde Nächste Waffenrunde bei Hawks Die wieder einen ähnlichen Aufbau haben So, jetzt vielleicht gleich wieder eine Flash Hinten Silent drüber So, Pasha hat blind gewonnen Der Rest nicht Also ESC hat doch schon relativ viel Raum Um hier zu agieren Am Großen wird nichts geprobiert Da stehen sie immer ähnlich Nato an der Action Reflex Bis zu so einem Freestyle oben im Haus Mal ein bisschen offensiver Mal wie jetzt defensiver Und Nasu und Skurk Haben da jetzt wieder Probleme Skurk stirbt Und Was soll Nasu jetzt da noch großartig machen Abgesmoked Dreimal drauf Wird auch schon über Seitengang gepusht Das Spielfeier Keine Chance gegen Tess Also sollte Sollten die Hawks ein bisschen mehr mit Kontrolle spielen Mal ein bisschen was riskierender am Haus Zum Beispiel offensiv stehen Im Hausmeister Oder Banane Ich meine Sie scheinen das ja zu wissen Also ich glaube Dass sie es verstanden haben Wie ESC da die Banane einnimmt Weil dass sie da Vor allen Dingen jede Runde kommt Da würde es sich ja auch mal anbieten Da eine kleine Falle zu bauen Ein paar E's Oder mal ein Molly runter Oder sowas Ein bisschen off Timing Würde es sich ja alles anbieten Aber machen sie leider nicht Dems Folge noch eine Eko Dann schützt sich 9-4 Und dann kann das ein ratzfatz Ein 11-4 noch werden So jetzt in der Eko So seid mal wieder offensiv Und ich wette Der kriegt einen Frag Schade Aber auch wieder allein Vorgegangen Also auch die Eko's Hat man bei anderen Teams Schon besser gesehen Dass man da ein bisschen Gemeinsam vorgeht Und nicht so jeder Einzelung Wo offensiv Und wie auf den Frag hofft Wieder 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 Der selbe Aufbau Nahtum Mal mit einer offensiv Nade Aber ansonsten Das ist doch hier Der Aufbau Den wir jetzt schon 13 Runden lang gesehen haben So Diesmal über Haus So Spreefire Loll Kastiai hat 0 Damage gemacht Der Reflex So jetzt kann Das Reflex glänzen Was er nicht schafft Hallo Blind Ich glaube von der Flecht Die da Über die Bande Kommt Da zahlt sie sich Auf jeden Fall aus Das ist doch Die Bande Hawks versuchen es Mein Kuben Ist low Boah die HE Kann ihn vielleicht töten Ne Pascha war das da Am großen Sand Ich vermute Kuben Ist oben drin Ne Kuben ist aufsucht Boah 7 4 HP 21 Schade So nochmal fix gucken Das Ich glaube das war die Aber ich habe irgendwie Kein Kein Explosionsding gesehen Aber die eine Fläche haben ja vorhin Bei Neo schon gesehen Die hier irgendwie so Über Bande und dann so Zack und zack Explosiert die aufs Spot So Hallo versucht sie nochmal mit AWP Warte die Fläche ab Also wenn man schon mit AWP spielt Dann muss man glaube ich Auch aggressiv Spielen Nicht nur so Am Health Zum Beispiel Jetzt wäre Könnte man Mitte runter Schleichen Falsche Mitte zielen Das hat Ähm Hätten das gemacht Irgendein Team hat das Auf jeden Fall mal gemacht Glaube ich gestern Gegen ESC Baiki wahrscheinlich Oder Alsen Weiß nicht Aber sowas würde Zum Beispiel Gegen ESC Funktionieren Sie haben Sie haben da einfach So viel Platz Um alles Zu werfen Was sie sich so Am Vorfeld Ausgedacht haben Boah Schöner Schuss Für Neo So da ist die Flash Boah Frax Fall diesmal Nicht Nase mit Nenem schönen Recheck Über die Action So jetzt gleich Nase Reflex am Spot Und wo ist eigentlich Pasha Kommt über Haz Nase oben im Haus Ah komm schon Die müsst ihr haben Boah Nase hat nicht Gereloaded Kuben macht's Krass One und two Warum reloaded Denn nicht Warum lassen sie sich Nicht ein bisschen Zeit Oh man Unnötig Hätten locker Das 10-5 Machen müssen Aber ansonsten Das ZD-Spiel Schon Extrem statisch Selten so ein Statisches Spiel Auf jeden Fall gesehen Demzufolge auch verdient Das 11-4 Eigentlich Gut dass sie jetzt Direkt weitergehen Und nicht wieder Restarts kommen So Neo Zusammen mit Kuben Sieht doch schon Sehr nach einem Standard Argo aus Eine Zwei Eine Smoke Bei Alu Und eine Vielleicht bei Natu Boah Vielleicht Kennen sie B Über Haz Ui Jetzt will ich auch Wissen wo die Hinfliegt Auch nett Loll Die Frags machen sie Tatsächlich Das ist ein plötzlicher Go Verzeiht mir Dass ich da die Granate Verfolgt habe Und nicht die Frags Das scheint Echt so als ob Es ist Kein einzigen Frag Mitnimmt Boah Krass Krass Runde von den Hawks Und ich glaube da hat man Echt schweres Spiel Als CT In der Piste Wenn man so defensiv steht In 1.6 mag das noch irgendwie funktionieren Aber in Go Wenn die T's da die ganze Zeit rumwuseln Und links rechts strafe Und schießen Und hast du nicht gesehen Trifft da mal was mit der USP Wenn du da nicht instant auf dem Kopf bist Aber immerhin bleibt's jetzt noch ein bisschen spannend Cooler Boost Huch Auf den Torbogen da Das ist ja ne geile Posi Passiert auch gerade nichts Ich denke wenn man hier rumkommt Sieht man den Fuß nicht Das ist ne geile Posi auf jeden Fall Richtig cool Würde sich sogar auch Eine Equipped Round anbieten Würde ich mal meinen Mal kurz innen geben gehen Ja also den Lega kann er töten Ne Moment Der Lega ist ja rechts unten Ah schade Den kann er natürlich nicht töten Gut dann nehme ich das alles ein bisschen zurück Aber trotzdem eine coole Posi Neo wurde da im Baum gewusstet Jetzt wusstet sich da jetzt ein Frack aus Und er kriegt gar keinen Da war er überhaupt nicht mehr drauf Da haben ihm die Blätter selbst die Sicht versperrt Selbst ein bisschen Auto-Plate Das hier geht komplett weg Auch interessant Und sie haben natürlich nicht unbedingt einen Grund drauf zu rennen Das ist auch Das ist super Das ist der Gedankengang dahinter Weil sie wissen ja Dass die Hawks SMGs haben Und dass sie jetzt Die Fracks nicht einfach schenken Bauen Hawks natürlich auch ein bisschen weniger Geld auf Ich glaube 600 gibt das immer noch pro Kill Mit SMG Aber ich bin mir nicht sicher Ob es für alle gilt Das ist ja echt Einiges was man sich da Merken muss Somit hier jetzt auf jeden Fall schon mal Ein paar Dollar weniger Bei den Hawks Und das kann sich natürlich dann Gegen Ende des Spiels auch auswirken Was heißt gegen Ende des Spiels Dann vielleicht sogar schon in der nächsten Runde Falls ESC die sie jetzt hier gewinnt Wobei es ist ja noch ein Echo Zu vierter im A Der ist allein Haus So jetzt wird Reflex tun Schöne Flash Boah Geiler Move Da hat sich Reflex natürlich verraten So jetzt der schnelle Goarm A Haben da genau gemerkt Boah schade Wenn Test den noch gemacht hätte Hat er eine super Pose da gehabt im Haus Ja Reflex hat sich da natürlich verraten Mit seinem lauten Getrampel Und mit seiner Flash So spätestens jetzt Sollte eigentlich Neo auch wegbleiben Ja Gucken da ist schon einer durch Zum B Dürfte ja auch gehört haben Boah Boah Wie immer das aber auch ist Dass sie ja alle in den Sandkasten gehen können Und überleben Naja gut 711 Und jetzt erste Equip-Round Bin ich gespannt Keine AWP bei Pasha Da haben wir noch neue Waffen gekauft So und auch Hawks machen das sehr bedacht Sehr langsamer Aufbau 1-4 So wie man es Kennt So wie man es Da fliegt sie Boah Krass Komplett in den Bogen Das ist natürlich das geile Ango Irgendwie Noi Naso mit Teamfrag Oh man Hätte ich sein können War auch schon passiert Komplett blind war Und einfach geschossen hat Und dann töten wir einfach den Mate Oh man Da werden sie sich ärgern Oh Nur noch Naso Oh der Bomblät Den kriegt der durch Immerhin Also wichtiger Bomblät Die nächste Kaufhunde Auf jeden Fall schon mal gesichert Aber auch wieder Der schöne Smoke In den Bogen Die restlichen Granaten Leider nicht verfolgt Aber vermute man Dass er nach mehr geflogen ist Für den Go Oh was mir gerade auffällt Drei Minuten noch Dann geht Maus los Theoretisch Es gibt noch keine Hell TV Boah schau Das Spiel Ähm Das Spiel Fängt erst ein bisschen später an Damit wir das hier noch Komplett Sehen können Weil ich hab jetzt keinen Bock Einfach rüber zu wechseln Schneller Action Go Der ist mit dem ersten Boah macht gut Schaden An Ähm Blblbl An Naso Und Lord konnte auch Den Refact machen Sehr schön Hat er da den Zweiten noch Den Spieler im Haus gesehen Boah Was ein Spray von Neo Und nur noch Skwark Mit Bombe Muss aber Haus aufpassen Boah schöner Modi Und Lord zieht nochmal Aus dem Haus raus Extrem starke Runde Von Lord Aber auch gute Runde Gutes Opening Von Taz Vor allem Dass er dem Zweiten Noch so viel Schaden Mitgibt Dass Lord den halt Direkt Refragan kann So 13-7 Und jetzt Tastet sich schon Die erste Eco Bei den Hawks Die Rush Boah Wieder sehen sie Nicht so gut aus Aber Boah Schönes Ace Schön die Terroristen Verbrannt In die Hölle Geschickt Da sei es hier Gestern auch nicht So gut aus Gegen Baiki In den Ecos Jetzt zieht er auch wieder in den Standard runter Gucken Auch immer mit der Offensiv Smoke Diesmal aber ein Doppel am Health Bei Taz und Pasha Und Lord Auch eine coole Aufstellung Jetzt Schöne Flächen in die Mitte Kann der Der Pasch Boah Wie blind der Taz Alter wie lange der sich rumdrehen musste Leider ist Lord gestorben So Gute Smoke Die Gibt natürlich den CTC Chance Gut durchzukommen Boah Ekehafter lag bei Taz Und beide Taz Richtig angeschlagen Nur noch Kuben Aber den muss er machen 8 AP Bei NATO 25 Sekunden noch Boah Was ein Schlitz Ich hatte ihn gesehen Nein Wie bitter das ist Alter NATO Warum war ich nicht drauf Wie gibt der dem denn der Headshot Oh man Wenn das mal nicht eine wichtige Runde war Dann weiß ich auch nicht Boah Die war halt so sicher Das wäre das Draw gewesen Da wird sich Ähm SC aber ärgern Wirst du mal Dass die Hawks In direkten Contact Go spielen Am B Und da bin ich gespannt Wie sie es diesmal handeln SC scheint da noch nicht wirklich Vorbereitet Doch Neo Zieht da immer wieder An Schlitz Wenn der da hoch springt Neo Blins Kuben Ains Äh 1 So Gut Das war mal gut verteidigt So Wann ist das NATO einfach bei rennen Sie haben keinen einzigen HP Point verloren So Draw schon mal safe Für die Polen Und jetzt Geld Mäßig Reicht es nicht wirklich Bei NATO Der Rest muss hier mit Wenig bis gar nichts Zufrieden Sein Sehr schön Noch keine AP bekannt Also das wird Reichen denke ich Gesetz im Fall Dass es hier wirklich Die letzte Runde ist Boah schöne Hi von Ja Doch 36 Damage Ist okay Das muss hier Wollen auf jeden Fall A Boah Schöner Molly Jetzt ne Flash Vielleicht Mitte Ah Die war nicht gut Da wurde grad falsch Kommuniziert Ja Boah Zum Glück kostet die Nicht die Runde Fascha macht Immerhin noch einen Da hat Lord Ne falsche Flash geworfen Die sollte auf jeden Fall Drüber Solange Lord Noch im Sandkasten ist Ist die Runde Eigentlich Sieht ganz gut aus Aber der Tee Macht's auch gut Move deinen Friedhof hoch Lord aber auch Mit nem schönen Laufweg Gruppen und Neo Sind schon da Neo mit dem ersten Neo mit dem 1 gegen 1 gegen Nato Er ist blind Er kann da eigentlich Hochspringen Ja Boah Nato macht's Hat er nicht vorhin auch Das 1-on-1 gewonnen Ich glaube Also Nato wirklich stark In 1-on-x Nato und Naso Führen ja auch Das Team an 15 zu 9 Nicht dass ihr es hier Das hier schon wieder verschenkt Das wär so bitter Fickt euch man Das kann doch nicht sein Immer das gleiche Wenigstens haben wir die Gewissheit Dass ESC gewonnen hat Alles andere wäre ja schon Arg Seltsam Gut Also Glückwunsch An ESC Die hier somit Ja